Markus Hellner, du bist in der Red Bib und jetzt haben wir den Pursuit. Was wird deine Taktik sein? Die Taktik ist, dass du auf der Bühne bleiben und meine Hoffnung ist nicht, um die Taktik zu bekommen, sondern um Kontakt mit der Gruppe zu bekommen. Du hattest nicht die beste Zeit vor Weihnachten, aber was hast du gemacht, um wieder in diese Form zu kommen? Ich habe ein paar Tage trainiert und ich habe es ein bisschen leichter über Weihnachten und mit Familie und Freundinnen und ich habe es nicht so viel zu denken, dass ich so viel zu skieren und das ist gut. Wir wünschen dir gute Glück für die Runde und vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.